Ein herzliches Hallo an alle großen und kleinen Naturmenschen, die uns auf unserem Ausflug begleiten. Erneut sind wir auf der Wildbahn zu Gast. Ein schöner, in weiten Teilen naturnaher Wald im südhessischen Forst. Im Wald braucht das Bodenwachstum noch etwas Zeit. Auf den Wiesen und Weiden am Waldrand allerdings wächst alles farbenfroh. Es grünt und blüht. Die Hüttenwichteln und Eltern treffen sich zum zweiten Mal. Zunächst wollen wir lustige Waldwesen basteln und auch für sie ein passendes Zuhause finden. Dafür sammeln wir an allen Wegen pflanzliche Materialien. Auf der Suche nach einer Bastelbasis finden wir schnell einen geeigneten Ort. Hier, wo die Bäume weit auseinander stehen, können wir unsere Decken ausspreiten und ohne junge Pflänzchen zu zertrampeln. Denn auch im Wald gibt es Regeln. Nicht wir leben hier, sondern die Tiere. Wir sind nur aufmerksame Gäste. Wir stören so wenig wie möglich und zerstören nichts. Wenn wir Materialien brauchen, nehmen wir nur das, was reichlich vorhanden ist. Eine Kleinigkeit darf man allerdings mitnehmen. Mein Wichtel hat eine Laterne und eine Hose. Der Wichtel hat eine Laterne. Cecilie und Emma suchen und finden einen Baumkindergarten. Ich bin in einem Waldkindergarten. Schön zusammengruppiert wachsen dort die jungen Bäumchen zum Schutz ihrer mächtigen Eltern auf und werden unterirdisch von ihnen gut versorgt. Das ist ein kleines Baumkind. Etliche ganz junge Baumkinder, die am Stamm austreiben und einmal einen Ast werden wollen. Wir machen es nach dem Vorbild der Indianer. Hanna begibt sich auf die Suche nach einem Großmutterbaum. Die ist ganz grau und huppelig. Wir suchen den ältesten, mächtigsten Baum im Wald und fragen ihn symbolisch um Erlaubnis. Thomas, Louis und Ben messen den Umfang der Eiche mit einem Maßband, um das Baumalter der alten Dame zu errechnen. Hanna und Cecilie versuchen, unseren verzweigten Wunderbaum alleine zu besteigen. Ben und Louis erkunden einen geheimnisvollen Baumstumpf. Cecilie entdeckt kleine Töcheln der Laubschrift. Sie findet eine Spinne. Für unsere Waldwedenfamilie haben die Kinder den unteren Stamm einer Buche gefunden. Hier, über den Wurzeln, finden wir Schlupflöcher ins unterirdische Reich der freundlichen Wichtel. less die錢 abd��紹. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.